Ahoi ihr Lieben, in der Regel lautet ein Produkt jetzt ohne Probleme ab, einfach schon deswegen, weil weder ihr noch der Hersteller Ärger haben wollt und weil ihr beide auch einen Vorteil daraus ziehen könnt. Die Firma kriegt eine Bewertung und ihr kriegt ein Produkt, aber ab und zu geht es doch mal zu, dass es eben nicht so läuft wie vereinbart und dann ist die Frage, was sollt ihr tun. Das erfahrt ihr im Video. Ja, ganz ehrlich, das ist eigentlich ein typisches Facebook-Tester-Problem. Wir haben jetzt schon mehrere hundert Produkttests absolviert und hatten dabei zweimal wirklich Ärger und das war immer bei Facebook, auch die meisten Sachen, wo es so ein bisschen grisselig war, war eigentlich auch immer Facebook. Ja, was kann man dagegen tun? In allermeisten Fällen reicht es eigentlich, wenn ihr euch nochmal meldet und anfragt. Das ist eigentlich immer ein Kommunikationsproblem. Hier, wie sieht es aus, wir haben unseren Test gemacht, könnt ihr aber gleich mal per Paypal Überweisung ein Bild von der Transaktion zeigen. Das ist so eine Standardformulierung, das funktioniert eigentlich ganz gut und in den allermeisten Fällen ist es damit eben auch schon getan. Aber wenn es jetzt eben mal kein Kommunikationsproblem war, sondern eben wirklich der Hersteller euch prämen möchte, dann wird es schwierig. Und da findet man eigentlich unter den typischen Produkt-Tester-Portalen bzw. den Facebook-Gruppen eigentlich immer diesen Rat androhen bzw. das Produkt mit einem Stern bewerten. Und ganz ehrlich, das ist eine verdammt harte Keule für den Hersteller, weil er kann damit sein Produkt quasi deutlich, wirklich deutlich schlechter verkaufen. Aber ich mache das eigentlich nicht gern, weil ich finde das sehr unmoralisch. Ihr lügt ja die anderen Kunden an, ihr sagt ihnen das Produkt ist schlecht, aber vielleicht ist es das ja gar nicht und hat eigentlich sogar 5 Sterne verdient. Deswegen, das ist nicht mein Weg. Abgesehen davon ist es auch gegenüber euren Lesern sehr unehrlich. Was ich viel lieber mache, ist, dass ich androhe. Und in den allermeisten Fällen reicht das schon. Und zwar drohe ich nicht den einen Stern an, sondern ich sage dir, ich werde meine Rezensionen löschen, ich werde bei den Facebook-Gruppen vor diesen Händlern warnen, dass niemand mehr mit denen zusammenarbeiten soll. Allein das ist schon ein ziemlich harter Schlag und reicht auch schon meistens vollkommen aus. Was man noch sagen kann, ich werde das Produkt zurückschicken über Amazon und eine Händlerbewertung mit einem Stern durchgeben. Das sind alles, wie ich finde, Sachen, die sind durchaus ehrlich. Da macht man einfach keine unrechten Dinge, man belügt niemanden, weil bei Amazon reinschreiben als Händlerbewertung, dass irgendwas nicht geklappt hat und deswegen nur ein Stern. Ja, es hat ja nicht geklappt, der Hersteller hat sich nicht an seinen Wort gehalten. Also da tut man eigentlich nur jedem das Gerechte. Ja, und dieser Weg hat eigentlich bei uns immer funktioniert, das ist gar kein Problem gewesen. Ich habe auch schon von anderen gehört, dass das so geklappt hat und ich finde, das ist eine sehr ehrliche Variante, um miteinander umzugehen und ihr kommt dadurch eben auch sehr schnell zu euer Geld. Was ihr noch machen könnt, aber das ist wirklich erst bei sehr großen Produkttests, dass man sowas machen kann. Ja, wenn ihr einen Vertrag geschlossen habt, pocht einfach auf die Erfüllung des Vertrages und beginnt einen Rechtsstreit. Aber ganz ehrlich, für Kleinigkeiten lohnt sich das nicht. Es ist unwahrscheinlich aufwendig, es braucht viel Zeit, es macht viel Arbeit und ihr könnt eure Zeit auch sinnvoller verwenden. Außerdem, wenn ihr verliert, ihr habt eine ganze Menge Anwaltskosten, die auf euch zukommen. Es lohnt sich eigentlich in der Regel nicht. Wenn du dir jetzt gedacht hast, hey, ich bin clever und schreibe direkt deinem Amazon-Support an, dass da mit dem Händler das nicht funktioniert hat, wie vereinbart, muss ich sagen, stopp! Das ist eine ganz schreckliche Idee, das ist das Dümmste, was du in dem Fall tun kannst. Weil nicht nur der Händler wird bestraft, sondern auch du. Amazon möchte keine Produkttester mehr auf seinen Plattformen, außer eben du bist zwei Mitglied. Dazu hier ein kurzes Video. Ja, und deswegen wird dein Account gelöscht mit all deinen Bewertungen, sprich, wenn du jetzt zwei Jahre vielleicht über das Amazon-Verfahren Produkt getestet hast, dann ist all deine Arbeit weg, dein Ruhm, deine Armerkennung ist weg und du beginnst nochmal von vorn. Und das nur wegen einem einzigen Produkttest. Das ist es nicht wert und wie gesagt, Amazon wird dir da definitiv auf keinen Fall helfen, also spar dir die Mühe. Abschließend würde mich noch wahnsinnig interessieren, was haltet ihr von der Sache mit denn ich gebe einen Stern für das Produkt. Es ist wirkungsvoll, aber es ist eben ziemlich unvoranlich, wie ich finde. Was ist denn eure Meinung dazu? Schreibt es unten in die Kommentare. Ahoi!